Komm, hau raus! Hau raus! Ach du Scheiße! Es sind schon wieder ein paar... Owee... Naja, wirst schon wissen, was du tust. Und wenn nicht, weißt ja, du bist haftbar. Ich könnte natürlich mal die Straßenbahnhaltestellen vorher setzen. Das könnte sich als... Möglicherweise... Warte, warte. Warte, sagst du? Moinchen! Nee, Moinchen ist zu spät. Da haben wir die Firma kaputt gemacht. Da ist die Stadt im Arsch, bis dahin. Ja, Peter. Am besten heute noch, ja. So schnell wie möglich. Ja, von mir aus kannst du RTL mitbringen. Oder wollen wir RTL dabei haben? Ja, die sind im Dschungel fertig, bevor denen langweilig wird. Ja, okay. Das Dschungelteam? Ja, von mir aus. Dann mach halt! Nicht! Ja, ich weiß, dass du im fortgeschrittenen Alter nix mehr so schnell machen kannst. Wie die Larissa auch, ne? Nee, das machen wir so, weil das ist immer noch unter der Stadt und da legen wir die die Besuche von externen fest, ne? Jetzt, mal ganz ruhig. Wir haben eine Wassertaxilinie, die... Ja, mit der haben wir uns ein bisschen übernommen scheinbar. Also, nee, 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 der Kollege hat sich da ein bisschen übernommen. Ich, äh, hab da ja nur zugeguckt, hab gesagt, nee, lass lieber, aber nein, der wollt's ja unbedingt durchsetzen. Das erste Mal, ne? Ja, bitte. Ja, nee! Du kommst jetzt, du kommst jetzt heut vorbei, Punkt! Okay, ciao! Und, kommt er? Ach, sollte gleich kommen. So, ne, bauschen wir noch hier. Da warten 44 Leute am Bootsanläger! Na, ich baue jetzt auch hier noch an den... 60! Du willst mich verarschen! Vor allen Dingen, ich fördere das jetzt mal noch ein bisschen. Ach, du Scheiße! Natürlich sind die unzufrieden, ist ja klar! Auf, meinst du? Hahaha! Mach mal schneller das Spieltempo, ich will mal sehen, wie das jetzt abgeht. Ah, es dauert wahrscheinlich nur zwei, äh, nur zwei Tage, bis das erste Boot verreckt ist. Ach, du baust gerade Straßenbahnlinie? Ich mach gerade Straßenbahnlinie. Sag mal, ich versuch's. Du hast hier meine O-Bus-Linie unterbrochen. Unterbrochen? Ja. Wie unterbrochen? Man kann nicht unterbrechen. Natürlich. Indem du zwischenrein was rausbaust. Hä? Ja. Wo? Bei einer Straßenbahnlinie, die Boch 5. Die Linie läuft nicht mehr bis ganz hinter. Da mach sie wieder bis ganz hinter. Ich weiss nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Der Typ, das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Du bist gar nicht. Ich weiss nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Wann da das Training fertig ist. Jetzt. Ähm, ja, warte mal, dann mach ich das wieder. Zack. Ach, du hast die Oberleitung weggerissen. Ich seh die aber noch. Beim Straßenbahndepot, um die Kurve. Geht's im Ernst, das ist da, aber das lässt sich nicht mehr verbinden. Was ist denn jetzt verkehrt? Das ist diese Linie. Dings hinzufügen. Ich nehm die mal raus. So, hinzufügen. Ja, geht wieder. Wahrscheinlich nur ein Bug. Na gut. Wirtschaftsfenster. Ey, wir sind fast im Plus. Fast. So, ein Millimeter noch. Ja, ich hoffe jetzt hier durch die Straßenbahn. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Lieber Freund. Einmal stimmt. Oh, da kann man wieder einiges rauf da mit den Farbreisen. Jetzt gehen müssen wir wieder einiges runter. Ach, war nix mehr. Ich mach nur noch das Nötigste. Aber nur bei allen Verkehrsmitteln. Die Boote laufen auch einigermaßen. Ach, da willst du die Strapperlinie. Das wird ja lange. Das wird nur ziemlich lange, ja. Ja, doch, die, 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 die ist oben im Bootzimmer wieder ein Minus. Ich weiß, auf dem Privatspiel schon, da gibt es auch dieses Wirtschaftsfenster. Ich habe zwar kein Geld, aber trotzdem, im Wirtschaftsfenster, da bin ich mit dem Boot immer gut im Plus. Einigermaßen zumindest. Ja, das läuft. Das läuft langsam. Natürlich sind das Einbahnstraßen. Ich habe... Jetzt wollte ich eine schöne Strapperlinie bauen. Ich vergesse es schon. So. Neuerstellen. Das lohnt sich hier noch nicht ganz. Ich erweitere das bis hinten hier. Ja, das ist also ganz schön viehig. Was, die Katz? Die auch. Das muss ihr der Neid lassen. Die Katz ist wirklich ein Vieh, ja. Dann müssen wir die Straßenbahnlinie schließen, sonst kriege ich hier gleich wieder hochrote Kappen gegen gestreckt. Stehen sie schon wieder mit zehn Leute. Als ob es kein Morgen mehr gäbe. Gibt's aber. Na ja, sagt das Däne. So. Hallo, es gibt noch einen Morgen. Machen wir mal einen Anstandischen Fahrplan. Machen wir mal einen Nachtverkehr wieder im Zwei-Stunden-Takt. Von 0 Uhr bis 2 Uhr hier ein. Und Takt sogar von 4 Uhr. Dann entfernen diese Scheißlinie von mir aus. Stund-Takt seitdem. Okay. Verschließen. Benötigte Fahrzeuge 13. Na ja. Jetzt hab ich schon wieder die Straße erwischt. So, was nehmen wir denn mal für eine Bahn? 4,30. Ich tendiere zu Livingstone Classical. Ich tendiere zu 4,30. Oh ne, den nicht. Oder noch besser, 4,40. Den Skanditram Nuobo. Der sollte reichen. 4,40. Um Gottes Willen, in der Stadt bist du wahnsinnig. Oder vielleicht die Prospecta Royal M. So, mit zwei Plätze weniger. Kostendicken mehr ist. Aber nehmen wir mal die da. 13. Dann kann man ja immer noch umrüsten, wenn es nicht reicht. Achso. Veröffentlichung sollte man sie vielleicht noch. So ein bisschen, ja. Sie fährt! Oh, 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 oh. Ich erzähle, warum hast du die Geschwindigkeit? Was ist da los? Wünschst du das so? Hä? Was? Hast du das Ding verwirkt? Ist egal. Neue Linie erstellen. Na, super. Die Hakelskraten besser kann das sein, oder? Das ist ja auf jeden Fall nicht so flüssig, wie ich mir das gerne hätte. Bestplattervordel. Ah. Depot 4. Ach, das muss geht grad. Werden sich da grad beschwert? Straßenbahn-Depot 4. Achso. Ne, Straßenbahn-Depot, damit hab ich nix zu tun. Ist aber deine Bahn. Ja, ja, aber grad im Moment hab ich nix damit zu tun. Es wird ein Skanditram-Novo. Kommen wir mal hin oder zu. Meine ist überfüllt. Ja, aber ein Fahrzeug zu wenig. Wieso? Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, nicht dass echt meine Festplatte voll ist. Ich speichere mal, ich speichere mal und hier let's play. Ja, okay.